hallo und herzlich willkommen zu einem neuen teil oder beziehungsweise zu dem letzten teil zu dem umbau von den lorelei wagen ich habe jetzt hier das den speisewagen so ich wollte schon sagen das sportrestaurant aber das war ja ein paar jahrzehnte später erst dran und ja ich habe noch nicht die kupplung eingebaut das erste was wir also machen ist die kupplung hier den stecker abschneiden brauchen wir erstmal nicht passt ja nicht haben wir schon bei den anderen warten gesehen habe ich mir richtig aber gemerkt die buchse ist oben also diese haken hier kommen nach oben sie hätten ja schon so vorab so einen kleinen stopp nicht hier durch so einen kleinen fahrbericht von dem normalen wagen schon gesehen was ja wirklich klasse aussieht und davon bin ich auch echt begeistert auch von den laufeigenschaften jetzt mittlerweile wo ich am anfang wirklich große bedenken hatte ob das denn überhaupt was ist und wird aber das hat mich ja wirklich überzeugt so jetzt geht hier gerade mal gar nichts wir müssen also so eine kleine schlaufe hier unten legen logischerweise das ist ja auch hin und her sich so bewegen kann und dann auf der anderen seite stecken wir den stecker die stecker seite mit dem nach unten rein war auch hier so eine kleine schlaufe rein besser ist das kann sich auch wunderbar bewegen die sache warum ich hier noch mal den speisewagen hier zeige ganz separat ist werden jetzt die beleuchtung so festgelegt bei den abteilwagen sollte das passen jetzt ist die frage wie dann hier so die lichtverteilung ist weil das ganze viel offener und freizügiger ja hier gestaltet ist einfach gehe ich mal davon aus dass hier nicht irgendwelche schatten entstehen zum einen löten der beleuchtung würde ich sagen machen muss uns auch überhaupt gar nicht unnötig schwer die beleuchtung passt genau wir haben ja an der beleuchtung hier außen stehend die leds dort ist es wichtig dass die hier nach außen hin stehen dass auch hier licht halt hinkommt ja jetzt sehe ich hier so hier könnten ein kleiner spot entstehen ich hoffe dass er nicht allzu groß ist aber ansonsten wenn ich jetzt so gucke wo die leds sitzen sollte das im großen und ganzen eigentlich passen bevor wir die einbauen würde ich sagen schließen gold cap kondensator an das sollten sie mittlerweile kennen ich halt ihn mal hier so rein ich hoffe dass er mal scharf stellt er jetzt diese pfeile die zeigen auf dem minuspol wir haben hier auf der platine cap minus stehen das heißt der minuspol kommt einfach hier ran ich mache folgendes um den anzulöten biege ich einfach beide zusammen so dass der hier schön mittig hängt den sieht man sowieso nicht von weder von der einen noch von der anderen seite störter der geht ins dach sage ich mal rein das dach hat einfach freifläche genug und ich schiebe den einfach hier so rein erwärmen das ganze und schon ist er von der einen seite angelötet von der anderen seite mache ich das gleiche ganz einfach ganz schnell und wir können hier alle vier pinne 14 hier die anschlussflächen überhaupt kein thema so das sollte so passen dann legen wir das auf den waggon drauf und der rest sollte eigentlich genauso sein wie die anderen wagons auch alle ich würde hier sogar ja hier würde ich vielleicht sogar ich gar nicht kürzen weil der länger ist da und wir haben mit der kupplung ein bisschen spiel haben oder benötigen sag ich mal so so So, von der Seite, wenn ich jetzt mal hier hinten zu halte, sieht das sehr konstant aus, sehr schön. Ich lasse jetzt mal bewusst den Goldcap Kondensator richtig schön lange aufladen, deswegen bewege ich jetzt nichts. Hier hinten ist es auch okay, in dem Küchenbereich. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter hier im Bild, dass man das auch sieht. Im Küchenbereich hier hinten ist es halt, achso, jetzt ist es eh abgegangen, okay. Dann laufen wir jetzt auf Pufferbetrieb, halt das mal hier hinten zu. Also hier hinten ist es auch gut von der Ausleuchtung. Ja, und da habe ich halt nur eine Lampe sitzen. Ja, das werden wir dann sehen, aber es verteilt sich eigentlich auch hier sehr gut drin. Also ich denke, die Anordnung können wir so lassen. Es lohnt sich jetzt auf jeden Fall mal, das Gehäuse einfach draufzusetzen. So, dann sitze ich jetzt mal richtig herum das Gehäuse auf. Schaue, dass hier auch nichts abgeklemmt wird. Hier rastet es sofort ein. Das sieht auch hier gut aus. Auch hier perfekt. Kupplung lässt sich gut bewegen. Auch hier. Super. Ja. Kann ich den Goldcap-Kondensator mal eben aufladen lassen schon. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Auch hier hinten kommt noch genug Licht dran. Ah, die Küche, die ist leer. Das ist schade. Das ist echt schade hier hinten. Ich denke, ich klebe da auch noch Figuren ein und schaue mal, was sich da so machen lässt. Wie so eine Küche in so einem Speisewagen dann aussieht, um das irgendwie realistisch gestalten zu können. Aber da mache ich noch was. Das ist mir hier zu nackt in dem Bereich. Definitiv. Und ich habe dazu auch tatsächlich ein Foto gefunden, wie es aussah. Und ich kann jetzt dieses Foto, weil es urheberrechtlich hier geschützt ist, nicht zeigen. Ich kann es aber verlinken. Das darf ich ja. Und ich kann es hier eben in diesem Video beschreiben. Und diese Ablage hier, das ist richtig vor den Fenstern. Die ist aber aus Edelstahl. Das heißt, das muss hier Silber anlackiert werden. Und es ist so, also erstmal ist hier alles, die ganze Küche aus Edelstahl. Es ist so, der Boden, der ist schwarz. Man sieht hier zwei Personen drin. Das ist sehr, sehr eng. Dann hat man hier in dem Bereich, ich zeige es einmal mit der Pinzette. Hier in dem Bereich hat man eine Durchreiche. Hier vorne steht der Ofen, wo gekocht werden kann. Diese Geschichte hier dient komplett der Ablage, der Zubereitung. Hier ist noch so ein, ja, in dem Bereich, da wo das, wo das Fenster, ja, das muss ich mich mal am Fenster orientieren. Wo wir denn dabei so rauskommen. Genau, hier vor dem Fenster quasi, ist eine Spüle. Also hier in dem Bereich wird gespült. Die ist hier mit integriert. Ja, und dann ist hier halt, wie man dann hier sehen kann, wirklich die Wand. Ich gehe hier von aus, dass das ein Kühlbereich ist, wie auch immer. Ich werde hier ein paar Sachen, ein paar Vorräte reinkleben. Ich weiß es natürlich nicht, ob es dann komplett vorbildgerecht ist. Aber diese Küche hier möchte ich ganz gerne so gestalten, wie ich das sehe. Die haben ja hier diese Gitter, ich nenne es jetzt mal schwedischen Gardinen, vor den Fenstern. Und da hängen so Töpfe oder, ja, so Behälter, wo sie so Messer und etc. solche kleinen Utensilien drin hängen haben. Das möchte ich auch ganz gerne hier irgendwie reinkleben. Ja, und man sieht auf dem Bild halt wie so ein, ja, was ist es? Ein Hähnchen zubereitet ist plus so eine, ja, kalte Buffetplatte, wie auch immer. Und man sieht halt einen Mann und eine Frau. Das ist so das, was man so auf dem Bild erkennen kann. Ach so, genau. Und das Ganze hier innen drin, das ist auch ja nochmal wichtig, das ist so weiß gehalten. Also ich denke mal, es soll weiß sein. Ähm, ja, so, so ist das. Dementsprechend werde ich das hier weiß machen. Es gibt dann auch noch, ja, sind das Hängeschränke? Ich weiß es nicht, was davor ist. Das kann man sehr schlecht erkennen. Also ist halt so die Frage. Ich werde es so ein bisschen nach diesem Foto gestalten, auf was ich so an Details dort erkennen kann. Ja, dementsprechend würde ich sagen, können wir dann auch loslegen. Ich habe einen kleinen Nachtrag. Dieses Bild von dem Stern, was ich gefunden habe, das ist richtig krass. Das hätte ich so persönlich nicht gedacht. Ich habe eine Zeichnung gefunden. Verlinke ich auch. Schlafwagen.net Da ist hier die Küche, der Herd, eingezeichnet. In dem Bereich. Und es ist so, dass dann also hier irgendwie diese Durchreiche ist. Es ist also nur auf diesen Raum beschränkt die Küche. Und ja, irgendwie modellwidrig, wie auch immer. Aber ich weiß es nicht, gibt es hier nicht diese Kante. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da den richtigen Wacken gefunden habe. Aber von der Inneneinrichtung her, wie das aussieht, ist es so, dass hier zumindest mal die Bestuhlung alles richtig mir erscheint. Und es auch hier diese Trennwände nochmal gibt. In dem Bereich hier. Das verstehe ich nicht. Oder nicht so ganz. Es ist super schwierig, da was zu finden. Tja. Ich glaube, da kann man nur falsch machen. Wenn man das versucht, irgendwie richtig einzurichten. Ich muss mal weiter recherchieren. Farbe muss ja eh trocknen. Von daher passt das alles. Ja, für die Innen- oder für die Wandfarbe, so muss ich sagen, nehme ich hier einfach einen weißen Ton. Matten Ton. Das mache ich auch diesmal mit einem Pinsel. So, ich präsentiere mal eben. Ich habe jetzt nochmal eine Lieferung bekommen, wie ich das Ganze einrichten werde an der Stelle. Das weicht natürlich vom Vorbild ab. Das geht leider gar nicht anders. Ich werde hier also die Küchenzeile machen. Das funktioniert nicht, wie ich mir das gedacht habe. Also, hier kommt die Spüle rein, quer, weil hier ist ja das Loch für das Drehgestell. Das passt so gerade eben, wenn man das hier so ran stellt. Ich habe das auch jetzt, man sieht das ja in weiß, nochmal alles schön nachlackiert. Ich habe jetzt auch noch die Küche hier bekommen von Preiser. Das heißt, ich habe also auch noch hier Personal drin stehen. Kann ich so ein bisschen reinkleben. Ja, und ich werde dann hier hinten den Vorratsraum reinstellen mit den Getränkekisten etc. Anders wird es leider nicht gehen. Es ist, ja, einfach dann irgendwo auch zu klein alles. So werde ich das dann gestalten und die Figuren dann auch entsprechend einsetzen. Jetzt, wo der Kleber getrocknet ist, geht es an den Innenraum. Also hier ein paar Krüge vorbereitet. Ja, nochmal hier so eine Servierplatte, ein paar Flaschen und auch nochmal eine Bratpfanne. Die Bratpfanne kommt auch nochmal in die Küche rein. Die soll einfach nur hängen und ja, so aussehen, als ob dort die Pfannen hängen, dass der Koch sie sich dort unternehmen kann. Die Platte wollte ich dann hier nochmal platzieren, ein bisschen bemalen, so als ob da mal was drauf gewesen ist. Und dann halt diese Sachen hier über den Raum einfach verteilen. Wir fangen mal mit der Plötter einfach an. Jetzt bin ich angelangt an der Ausschmückarbeit. Ich habe schon die Beleuchtung aufgelegt. Ich zeige einmal den Waken hier in seiner vollen Pracht, so dass man das einmal komplett sieht, wie es jetzt gestalterisch geworden ist. Ich finde das sehr, sehr schön mit den Flaschen und mit den Bierkrücken, ja generell mit den Krücken. Das ist sehr, sehr schön. Ja, zu guter Letzt müssen wir ja noch die Beleuchtung sichern. Also, das heißt, sie ist ja jetzt hier nur aufgelegt. Und ich mache wieder was altbewährtes mit einem O-Ring. Zack, an der einen Seite. Zack, an der anderen Seite. Und schon hält das Ganze, wie man hier sehen kann. Ja, und dann können wir jetzt den Wagen wieder kompletieren, zusammenbauen. Ja, einen Waggon bin ich dann doch noch schuldig zu zeigen, von den Vieren. Wir klipsen die Kupplung ein. Und ich habe, weil, das kann ich eben einmal zeigen, das ist ganz wichtig, dass ich das hier nämlich noch zeige, die Auslenkung hier geht so weit, dass man gar nicht hier an den Seiten bohren kann. Und da habe ich einfach das hier aufgebohrt. Und ich gehe einfach jetzt hier da durch ins Wageninnere rein. Und das Ganze funktioniert hier ganz gut. Das muss man wissen. Und warum ich diesen Wagen noch zeige, wir haben ja noch was komplett außer Acht gelassen. Die Einspeisung von unseren Märklin-Schleifern, die muss ich ja auch noch hier zeigen, wie man das Ganze dann schlussendlich verbindet. Ja, was machen wir als nächstes? Wir setzen also dann ein Drehgestell hier wieder ein. An der Seite. Das funktioniert dann auch. Und, ja, die Kupplung auf der anderen Seite. Logischerweise. Das ist auch noch ganz wichtig. Und, ja, die Kupplung auf der anderen Seite. Und dann können wir hier das Drehgestell einsetzen. Erstmal. So, wenn wir das hier öffnen, die 73404 von Märklin, die wir benötigen, öffnen wir mal das Ganze. Kann schon direkt entsorgen, die Verpackung. Und, ja, das hängt das erstmal hier sehr gut zusammen, wie ich feststellen muss. So, wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Wir sagen entweder an einem Drehgestell montieren wir hier alles oder wir machen das getrennt an zwei Drehgestellen. Ich persönlich mag das lieber, wenn man das einfach trennt. Das ist also überhaupt kein Thema und kein Problem. Wir fädeln also die Leitung hier einmal durch und klipsen den Mittelschleifer hier einfach ein. Und das war's. Dann haben wir hier schon mal den Mittelschleifer installiert. An dem anderen Drehgestell müssen wir dann dieses Kupferblech hier einsetzen. Das ist auch noch ein Knoten hier in der Zuleitung drin. Hier sind so kleine Haken, die kommen hier rein. Wird dann einfach unter die Achse hier geklemmt, das Ganze. Das heißt, die Achse einmal eben kurz rausnehmen. Und unten drüber wieder einstüpseln. Dann die Leitung natürlich hier durch das Loch wieder fädeln. Und dann können wir schon von oben ziehen. Schön straff. Und dann haben wir unseren Wagen erst mal für die Stromaufnahme vorbereitet. Und dann können wir hier auch die Beleuchtung anschließen. Und das zeige ich gleich, wie das geht. So, ich habe jetzt hier schon mal die Beleuchtung aufgelegt. Ich habe auch schon den Gold-Gab-Kondensator angeschlossen. Das ist ja, denke ich, oder hoffe ich, einfach alles bekannt. Ich verzinne einmal hier die Pads. Mit ein bisschen Lütze. Und was ich gemacht habe, ich habe hier den Anschluss. Ich weiß jetzt nicht, ob es Mittelleiter ist oder die Bleche. Ist auch erstmal wurscht. Und ja, hier schneide ich einfach, ich habe sie bewusst hier hinten rausgeführt, diese Leitung. Weil hier vorne sind ja die Figuren und dann fällt das natürlich noch mehr auf. Und sie gehen also hinten an der Tür raus. Das Ganze, oder an der Tür geht die Leitung raus. Da fällt es nicht so auf. Und ich entschließe einfach, das lege ich einfach fest, dass die schwarze und die braune Leitung verbunden werden soll. Und ich gönne dem Ganzen natürlich hier auch ein bisschen Spiel. Einfach, weil sich das hier bewegen kann, etc. Und wir isolieren hier einfach mal ein bisschen ab. Ich denke, das sollte reichen, so 5 mm. Das kann man auch übrigens mit seinen Fingernägeln ganz gut machen, wenn man keine abisoliert Zange hat. Und jetzt gehe ich einfach her und verdrill die. Ich zeige auch gleich warum. Und wieso, weshalb. Und jetzt sind die zusammen. Und jetzt sieht man nicht. Die sind jetzt zusammen. Und jetzt kann ich die auch gemeinsam verzinnen. Da geht nichts auf und nichts. Und jetzt sind die schön miteinander verbunden. Und gleich kann ich die schön auf das Pad nämlich drauflegen. So, und das gleiche mache ich auch hier mit dem grauen. Auch einfach ein bisschen Luft lassen. Im Dach können wir ja die Leitung verschwinden lassen. Einmal hier verdrillen. Verdrillen. Schön, wie man sieht. Verzinnen. Und Pinzette nehmen. Und drauflegen. Und das gleiche auch hier. Wir können auch so das Ganze machen. Als T wichtig ist, dass natürlich sich beide nicht berühren. Und dann haben wir das hier. So, dann können wir uns der anderen Seite widmen. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, wo wir was anschließen, dass wir eben keinen Kurzschluss verursachen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dann hier das Ganze falsch anschließen. Da müssen wir natürlich hier schon drauf aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ja, jetzt muss man wissen, bei diesen Pads außen ist mit außen verbunden und innen mit innen. Das ist die Regel, die wir wissen müssen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ist es so, dass grau hier von der Kupplung kommend, also auch wieder auf außen gelegt werden muss. Und schwarz diesmal, das ist ja der, der ja hier von dem Mittelschleifer oder von dem Kontaktblech, ich weiß es nicht, kommt, auch in den, nee, außen, Entschuldigung, außen jetzt verbunden werden muss, weil es ist ja der Gegenpol. Und der schwarze kommt nach innen. Das ist der schwarze hier von der Kupplung. Also wir verzinnen das Ganze einmal wieder, ganz einfach. Lassen uns natürlich hier ein bisschen Luft, das ist auch klar. So, dass das Ganze sich wieder bewegen kann. So, der muss hier hinten irgendwo dran, dann macht man auch mal hier ein bisschen weiter das Ganze. So, und der kommt dann hier innen. Machen wir mal so. Haben wir so alle gekürzt. So, dann beginne ich mal mit dem, der am unspektakulärsten ist. Diesmal den Einzelnen. Auch wieder verdrillen, ganz wichtig. Und der kam ja nach innen. Und den löten wir dann auch hier an. Und da müssen die beiden hier verbunden werden. Und das ist das. ja verdrillen die dann so zusammen und schon haben wir das ganze angeschlossen zu guter letzt nehmen wir uns noch den sicherheits ohrring dass die platine hier schön an ort und stelle bleibt brauche ich beide hände für um das festzumachen und logischerweise an der anderen seite auch noch und dann können wir den waggon hier auch wieder zusammensetzen ja und dann können wir doch eine runde probe sieht man auch dass der ohrring schön hält und seine aufgabe hier sehr gut erfüllt kommt hier das gehäuse hin ich habe jetzt erste zweite klasse hier genommen einfach glaube das sollte keinen unterschied spielen ist Jetzt ist die Frage Wo habt es? So, jetzt an der Stelle Die Faltenbälle werden dann noch eingesetzt Klick Und fertig ist er Und hier habe ich auch nochmal ein Update Ich habe gemerkt, dass die Fahreigenschaften nicht so toll sind Weil das Ganze sich hier irgendwie verheddert Und ich habe jetzt doch die Leitungen hier durchgeführt Das bedeutet, alle Wagen wieder öffnen Alle Wagen wieder neu anlöten Etc Es bleibt aber genau eigentlich Bei dem gleichen Anschlussschema Erst hier verzinnen So wie ich es hier im Bild zeige Es ist immer im Endeffekt das gleiche Oder selber Ich weiß es gerade nicht Deutsch ist da nicht so meine Stärke Muss ich ganz ehrlich zugeben Goldkab habe ich auch schon angeschlossen Logischerweise Und ich hoffe, dass damit jetzt die Katastrophalen Fahreigenschaften Wirklich besser sind Aber dazu werde ich auch noch was sagen Und dann können wir hier auch Die Ohrringe wieder aufsetzen Und an der anderen Seite auch Jetzt sieht man Dass dieser Wagen hier an der Seite Nämlich Keine weitere Kupplung bekommen hat Sondern eine Tricks Express Kupplung hat Und das hat ja den Hintergrund Dass der hier immer an der Oder hinter der Lokomotive Sein wird Und ich habe das auch bewusst gemacht Dass die Ja der Wagen Der Einspeise Wagen In zwei Richtungen quasi geht Weil wenn die Lokomotive In einem Halt zeigenden Der Abschnitt fährt Ich fahre ja analog Dann ist der spannungslos Und dann bekommt hier dieser Zug Keine weitere Spannungsversorgung Jetzt ist das Ganze ja auch flackerfrei hier Und leuchtet auch lang genug nach Aber irgendwann ist halt auch mal Ende Und so denke ich mir Hat dieser Zug zumindest die theoretische Chance Wenn er irgendwo zum stehen kommt Dass die Wagen An der Stelle einfach nochmal Ja Spannung bekommen Und hoffe dass das dann Ja damit Sich dann erledigt hat Sage ich einfach mal Das ganze Thema Genau Und das ist meine Ja mein Beweggrund Einfach So ich zeige mal Ja wie Der Zug Fährt Oder zumindest mal Zwei Wagen Und ich lasse ihn einfach mal fahren Mit der Lok Die ich sonst hier auch immer habe Ein bisschen Nachschub geben Und ich denke es ist Ganz gut war es zu hören Der ist ein Gleis Ich habe also des Rätsels Lösungen gefunden Wie das Drehgestell Auch die Steigungen nehmen kann Man muss es also noch weiter bearbeiten Und man Ich zeige es einmal Damit man das auch wirklich deutlich sieht Hier sind ja noch Ja Diese Dinge hier vorhanden Ich schneide es einmal weg So Dass das dann hier aussieht Im Vergleich Zu dieser Seite Und dann stößt dieses Drehgestell Nämlich auch Nicht mehr Da dran Ich schneide es einmal so Weg Zwar stößt das Das Drehgestell An das Trittblech Oder Trittbrett Verhakt sich da Und dann Führt das Zum Entgleisen Das habe ich jetzt schon ausprobiert Und Als weitere Maßnahme Dass hier noch mehr Beweglichkeit Das hier noch mehr Beweglichkeit Einfach herrscht Muss dann Schlussendlich Statt So Diese Kabelführung Muss dann hier durchs Drehgestell Und das führt dann dazu Dass der Zug auch wirklich fährt Und auch wirklich Steigungen bewältigen kann Ohne Dass irgendwas passiert Ja ich denke man konnte das gut sehen Und auch gut hören Dass der Zug jetzt Wirklich sehr gut durchgekommen ist Mit den Anpassungen An den Drehgestellen Und Ja der Lauf Der Überzeugt mich jetzt sogar hier Auf dieser Anlage Von daher Denke ich Kann man das jetzt so akzeptieren Auch die Optik ist okay Ja Ja mein Fazit vielleicht an dieser Stelle Sie sehen anhand Dass wir jetzt hier sechs Teile haben Dass dieser Umbau Wirklich nicht einfach ist Sie sehen auch wie viele Stunden Das das Ganze gedauert hat Ich habe auch gar nicht alles Mit Videomaterial Benutzt Ich hätte hier locker zwölf Teile Raus machen können Das ist auch Mein längstes Projekt Was ich hier so gezeigt habe Es wird auch Hoffe ich nicht mehr So ausführlich sein Ich habe das auch an der Resonanz der Klickzahlen Gesehen Die immer weiter Jetzt gesunken sind Und Das verspreche ich Ich werde mich also hier Demnächst auf maximal Die Hälfte Irgendwie reduzieren Ich wollte es hier nur Einmal sehr ausführlich zeigen Dass es Eben nicht Gewisse Dinge Ja So schnell dann auch Erledigt sind Und dass man da Genau gucken muss Woran es liegt Das wollte ich hier zeigen Und es ist auch nicht alles Geskriptet irgendwie Sondern Ich zeige das hier Live Vor Ort Und ich weiß auch nicht Wo die Reise hingeht Das bitte ich auch Zu bedenken Einfach an der Stelle Ich hoffe Dass es Ihnen trotzdem Spaß gemacht hat Beim Zuschauen Und ich bedanke mich Wirklich für Ihre Aufmerksamkeit Und auch Für die Geduld Die Sie Da an der Stelle Einfach mitgebracht haben Vielen Dank Bis demnächst Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank.